Hey Baby, ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht, ich komme bald nach Hause, yeah! Ich kann's gar nicht erwarten, mit diesem Babysitterjob fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermiss dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan, ich vermiss dich so sehr, ich schick dir tausend Küsse. Tschüss Baby! Ethan, du hattest recht, ich hab dich angelogen, das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen, wenn dich dies erreicht, such mich nicht! Hallo? Hey, hier, äh, ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung, du warst auf einmal verschwunden? Ja, ja, nein, mir geht's gut, mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot, sie lebt, sie, sie, sie ist zurück. Sie wurde gefunden, wie, was ist passiert? Ich weiß nicht, tja, ich weiß nicht wie, aber sie ist zurück, wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi Louisiana. Mann, es sind jetzt drei Jahre. Ich weiß, ich weiß, aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Hey Leute, und wir kommen zu einem neuen Projekt mit der Facecam. Ja, oh, wir sollen uns umsehen. Wir spielen Resident Evil 7. Ich dachte mir, ich habe eine Facecam zu Weihnachten bekommen und dachte mir, welches Spiel kann man dazu spielen außer Resident Evil? Ich habe das Spiel, wie gesagt, was habe ich gesagt, angespielt. Ich habe nur bis zu diesem einen Ausgleich gespielt. Was vielleicht kommt, Entschuldigung, Spoiler. Noch nicht weiter, weil ich wollte erstmal so die Einstellung ein bisschen testen. Hier sollte es sein. Und ja, wie gesagt, wir gehen jetzt einfach mal hier los und gucken, was passiert. Das sieht ja schon echt sehr gruselig alles aus. Da ist das Haus, von dem ich gerade redet habe. V für Hinweise. Wir finden, okay. Ah, und hier haben wir eine Karte. Okay. Ja, dann sagen wir mal, da mal. Oh, das sieht doch gruselig aus, ne? Dann werden wir da mal Hallo sagen. Okay. Es ist zu. Was ist denn ohne Klinge? Ding dong. Verdammt. Keiner da. Hallo. Okay. Der V. Ach, hier. Hier geht es weiter. Hallo. Das sind vier. So, dann wollen wir mal. Ein Auto. Kamera-Equip. Und machen wir mal auf. Was ist das denn? Projektvorschlag in den Geisterhaus von Louisiana schleichen. Okay. Schließ dich uns an. Okay. Jetzt legen wir mal zurück. Okay. Nimm ihre Gabe an. Und hier sollen wir rein. Okay. Schöner Staat, aber hier sieht es gar nicht so freundlich aus. das gesehen das gerade wir langgegangen im moment her laufen war lieber nicht runter auf was landen die raben da was ist das denn wie eklig aus das menschen oder ist rufe das ist aus tieren gemacht ja jetzt auch ein tierkopf ok und c war gerade das tropft auch noch hoffentlich ist uns nichts auf dem kopf getropft stehen hier scheint es wieder okay zu sein hier ist das haus müssen wir euch im hinteren teil sein tasche ok hinhocken f führerschein ist das nicht der führerschein von unserer frau inventar tab ok e mail und führerschein wie heißt die mia mia aufstehen ohne hollywood schaukel das sieht sehr einladend aus hier das ist aber wirklich sehr einladend scheiße hier soll mal rein ich trau mich nicht ich trau mich nicht ja komm rein schnell fuck ey wer hat die tür zu gemacht ist hier wer ne hier ist keiner ok geht die wieder auf wo ist die tür zu verdammt verdammt tür öffnen f hallo äh schließen wir mal ok zum verwenden objekt auswählen klappt nicht ok da brauchen wir mal scharf ist ne küche da finden wir auch bestimmt was da oben hm easy sieht aus wie nutella was war das fuck tschuldigung was haben wir hier foto ach nee zurück ok und was zu essen in den topf schon sowas war ich will gar nicht wissen was da ist ok könnte ein hähnchen sein muss es aber nicht zeitung in zwei jahren mehr als 20 vermisste leute person leute was finden wir jetzt da drin hm wieder zu machen mach zu mach zu ue ok das ist sehr eklig eh diese ge hört ihr die geräusche leute Hört ihr das? Fuck. Ich hätte das Spiel nicht spielen sollen, ey. Was ist das? Nix. Okay. Es stand auch, wenn man beim Laden des Spiels, wenn man sich unwohl fühlt, soll man aufhören. Ich fühle mich unwohl, Leute. Hier ist nix. Zu. Was ist hier? Verdammt. Okay. Irgendwelche komischen Fotos. Okay, hier fehlt eine Sicherung. Was ist das denn ein Verlies? Das sind wohl die Eigentümer. Okay. Kamin. Türschau. Okay. Fernseher. Und ein alter Kassettenrekorder. Ah, halt, da falle, dass es sowas noch gibt. Aber gut, wer weiß, wo das hier alles spielt. Mist. Leute, ich glaube, wir müssen nach oben. Ja, ich trau mich nicht. Hier ist auch nirgendwo was, ne? Frisch. Komische Bilder hier an der Wand. Da blinkt irgendwas. Ich weiß nicht, ob wir da hoch sollen. Hallo? 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 Keine Reaktion. Okay. Eine Kassette. Verfallenes Haus. Okay. Okay. Oh, was ist das denn? Ist hier noch was? Ne. Was ist das? Ah, hier kann man speichern. Genau. Genau. Dann überspeichern wir das. Das war wahrscheinlich von den ersten Speicherstand in Gasthaus kurz, bevor ich da, oder Gästehaus, bevor ich gespeichert habe. Gut, hier kann man auf jeden Fall speichern. War es irgendwie ein Autosave-Speicherplatz? Keine Ahnung. Leute, wir haben eine Kassette und ich glaube, die Kassette müssen wir da reinstecken. Aber ich glaube, das machen wir lieber nächstes Mal. Ich glaube, das machen wir in einer weiteren Folge. In der nächsten Folge stecken wir die Kassette rein und gucken, was passiert. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ich lebe noch nächste Woche, wenn es weitergeht. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich sage jetzt mal ganz leise, auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Nicht, dass uns wer hört. Tschüss. Tschüss.